Raph, wie viele deiner Schilde brauchst du? Ein halbes. Am besten die Hälfte ohne Benzinkanister dran, aber ich hab das Geld nicht verraten. Witzig, wenn du einfach so ein Benzinkanister da mitten in den Gang stellen könntest. Bitteschön, ich nehm den Schild. What are you doing? Direkter vorstellen einfach. Wo war das Schild? Hast du es noch in der Tasche? Ne. Auf der 90s? Ach, shit. Gehst du red? Ich seh genau das Art-Window nicht. Dann, ich kann dich auch. I'm confused. Die Fahrer nach Vault kommen wahrscheinlich 90s. Ist das Letch? Hab ihn, ist tot. Du Elender, du Killstealer, du ich. Grummel. Ich geh wieder Camps. Study door. Kling nach Sophia. Es kommt was in der Trophy. Study window. Ey. Sag mir, wenn sie pusht. Ach, weg du. Dann zünde ich ein Schild. Also. Äh. Ja. Trophy. Da ist der Bug drin. Danke. No, you don't. So, das waren meine zwei Schrotflinten-Kills. Einmal out of here. Achso. Wenn das wie 90s campst du fällig. Ich werde getrackt. Unfreundlich. Wahrscheinlich oben beim Master oder so. Nee. What are you doing? Jackal dead. Bitte nimm das auf. Ja, ich muss das aufnehmen. Cup country. Äh, Claymore. Dinger heißen Claymore, die mit dem Füßchen. Und auch noch von der Seite, wo ich komme. Haben wir irgendwie... Nimm das mal aus. Okay. Das reicht schon. Äh, nix. Besser wird es nicht gerade. Äh, Red. Ich habe gerade Red geschossen. Oh, da warst du. Okay. Bin mir noch nicht sicher. Also kriegen wir das mit? Red? Äh, Red ist eine Camp. Ja. Okay. Ich... Kurz leise bitte. Dann nehme ich 90s. Kurz leise bitte. Study balcony. Study balcony. Nee, ist die Sophia. Push rein. Ich potato sie hart. Sie ist in Dings drin. In Study drin. Bei Mira. Nope. She not. Ich wollte gerade, aber ich bin hängen geblieben. Ich hole mir gerade meinen Shotgun kill, aber... Aber das gerade ist sie wirklich auch. Ja, ist okay. Piep, piep. Ich weiß nicht, ob ich meine dritte Kasteltür machen soll. Naja. Ja, zwischen... Mastabed und Bathroom. Hab ich überlegt, aber... Macht das Sinn? Dann kannst du halt von Bathroom... ...und das nicht pressuren. Reloading. Wer hat jetzt meine Camp kaputt gemacht? Da liegt einer Injured draußen. Jetzt nicht mehr. Äh, der kommt. Der kommt. Raff, raff. Deploying Sensor. Wo ist da? Da ist da? Astro ist wahrscheinlich jetzt im Bathroom. Okay. Ich nehme Bathroom von Master aus. Einer von Masterbed. Pusht jetzt zum Masterwindow. Masterbed-Window. Geht jetzt zum... Ja. In der Hard-Nightly-Engle. Ash. Ash ist im Bathroom. Fuse-Chash destroyed. Und einer vom Masterbed. Held jetzt Richtung Study. Kommt jetzt Masterbed rein. Nein, noch nicht. Entschuldigung. Einer 90s gewesen. Ace war 90s Richtung. Einer Masterbed. Und ich darfst den mir so... Mit der Waffe musst du die Köpfe treffen. Unbedingt. Du Penner. Ja. Ja, Pulse ist Hit, aber... Anklär. Es geht einer 90s. Sven. Cam's here. Ja. Rechts über dir. Danke dir. Bitte. Hm. Keiner da. Äh, Ben, ich gucke vorher nochmal rein. Jo. Ich gucke jetzt noch 90s. Ich gucke jetzt noch 90s. Ich gucke jetzt noch 90s. Red Stairs sehe ich nichts. Jäger dead. Nice. Okay, 90. Ich stelle die Kamera 90. Okay. Komm rein. Rücke vor. Ich pushe die Astros erst rauf. Okay. Ich habe eine Drohne, top of Astro. Desk is clear, keine Rotation. Full stat. Sinn. Ich bin mega low. Bathroom clear. Ich komme gleich Astro window. Ich gucke kurz nochmal Bars und Billard. Sehe ich nicht. Da ist ein Aruni. Kalt nach Barsch. Hinter uns. Ne, hinter das. Doch, fuck. Mistroh und hinter den Kisten. Kapkan. Astro. Kapkan dead. Nice. Nice. Letzte. Nicht on point. Sven, komm on point. Sven, du hast den Klöser. Ich bin auf dem Weg. A fällt Astro. Haltet red. Ich habe die 90 Cam. Der war von unten. Nice. Ah, ich gebe zu, das war ein bisschen, ich wusste, dass sie kommt, aber ich wollte sie haben. So, Nomad Trap. Loop. Schön. Schön, schön, schön. Schön. Flawless. Wir sind schon fertig. Well, ähm. Das ist eine große Herausforderung. Das ist eine große Herausforderung.